Weil ganz unabhängig davon, was man davon hält und ob man das möchte oder nicht, das, was da auf uns zukommt von der Wetterlage her, mit den Möglichkeiten und den Auswirkungen, gerade die im 18er-Lauf drin sind und da kommen könnten, ist das schon synoptisch ein absoluter Leckerbissen. Und da stelle ich jetzt mal ein paar Sachen vor, die sieht man nicht allzu oft um diese Jahreszeit. Es sind nur Modellberechnungen, das muss erst einmal wirklich auf die Straße kommen, also tatsächlich ins Wetter rein, aber die Theorie allein macht schon ein bisschen Laune, was das Wetterkartenanschauen angeht. Grüße Sie und Grüße Euch. Jetzt doch noch, das ist übrigens ein Bild aus dem April, das war im April 2021 und da sieht man schon, der Sonnenstand ist sehr hoch und wenn es da dann über Nacht schneit, das wird sofort alles weggelutscht und das könnte auf uns zukommen. Das war zum Beispiel der 12er-Lauf mit den akkumulierten Niederschlagsummen als Schnee in den kommenden 10 Tagen. Gar nicht mal so wenig, was da in den Alpen runterkommen sollte und im Bereich der Mittelgebirge zum Teil auch im Flachland. Da kann man sagen, ja, war nur ein Lauf, aber der sogenannte 18er, der hat nochmal nachgelegt und das Gleiche gebracht auch im Bereich der östlichen Mittelgebirge und auch hier in den Alpen würde es einiges an Schnee geben. Das ist nicht der Schnee, der liegen bleibt, sondern der, der fällt. Und das geht ja nur 10 Tage. Und der sogenannte 18er-Lauf, der Nachtlauf, hat dann nochmal nachgelegt, hinten raus, nämlich zum 3. April hin wäre das die Schneedecke über dem südöstlichen Mitteleuropa und in einer anderen grafischen Darstellung ginge das von Vorpommern über Berlin, Brandenburg, vor allen Dingen Sachsen durch Böhmen nach Bayern rein und auch nach Württemberg. Das sind schon Schneehöhen Anfang April, nachdem vorher alles weggeschmolzen war, wo man sich denkt, hui, 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 hat es alles schon gegeben. Zuletzt gab es mal starke Schneefälle Ende März 1985 mit einer 5b-Wetterlage. Da ist theoretisch eine ganze Menge drin. Und was die Niederschlagsumme angeht für die kommenden 10 Tage, da bastelt das europäische ECMWF-Modell am Alpenrand das meiste an Niederschlag und im Nordwesten. Das amerikanische Modell macht durch die 5b-Strukturen im Osten und an den Alpen die meisten Niederschläge. Und wenn wir dann nochmal auf diese Tage, sechs Tage, also eine knappe Woche draufrechnen, bis zum 3. April, dann hätten wir von Vorpommern über Sachsen bis in die Alpen rein die höchsten Niederschlagsummen, rund um die Karawanken beispielsweise oder auch in Sachsen. Das wären Niederschlagsummen von weit über 100 Liter auf den Quadratmeter. Nicht alles als Regen. Wenn da tatsächlich so viel Schnee dabei wäre, gäbe es sowieso Schneebruch. Das hätte dann schon katastrophale Auswirkungen. Da müssen wir aber ganz, ganz stark im Konjunktiv bleiben, weil es ist ein Ausreißer, wird aber immer und immer wieder berechnet. Beispielsweise der Vorlauf, der sogenannte Zwölfer von gestern Abend, brachte nicht ganz so viel, aber in den Alpen wieder eine ganze Menge. Das heißt, die Schneepackung in den Alpen, in mittleren und hohen Lagen, die wird nochmal ordentlich nachgelegt werden. Nachdem ja zum Beispiel auf der Alpen-Südseite eh schon so viel Schnee gefallen ist, in den Hochlagen wird da noch einiges dazukommen. Schauen wir uns die Ensembles an von den kritischen Punkten. Aber wir beginnen erst dort, wo nicht viel los ist, nämlich im Nordwesten, in Amsterdam. Ihr kennt die Linien. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Und die weiße Linie ist das Mittel aller Berechnungen. Und die Einzelberechnungen finden wir in Bund. Und es ist schon auffällig, dass die sehr eng aneinander liegen. Und je enger die aneinander liegen, desto sicherer ist die Wettervorhersage. Unten sind die Niederschlagsignale. Der hellgrüne hier ist der Hauptlauf. Und es deutet sich so ganz, ganz langsam, zumindest beim amerikanischen Modell, ein Knick wieder nach unten an. Das europäische ECMWF-Modell macht da nicht so ganz mit. Von der Grundstruktur her ja, da ist aber der Hauptlauf mit ein warmer Ausreißer. Und wenn wir beim europäischen ECMWF-Modell für Salzburg bleiben, dann erkennen wir hier, dass Ende März zu den K-Tagen und zu den Ostertagen die Läufe weit nach oben gehen. Das wäre dann im Prinzip Früh-Sommerwetter zu Ostern. Da dürfte man dann keine Schokoladeneier draußen verstecken. Das ist das europäische ECMWF-Modell mit überdurchschnittlichen Temperaturen und relativ wenigen Niederschlägen. Das amerikanische Modell geht nicht ganz so weit hoch und der Hauptlauf geht sogar ganz weit runter wieder nach Ostern und ist mit zu den einerseits kältesten und auch nassesten Gesellen hier dieser Modellgilde drin. Und wenn wir kurz auf die Alpen-Südseite schauen, nach Klagenfurt, dann sind ja auch starke Niederschlagssignale drin. Der Hauptlauf weit unten, aber gehört nicht zu den kältesten. Doch, er ist einer mit der kältesten, aber nicht der kälteste, so wollte ich sagen. Und immer wieder kommt es zu starken Niederschlagsausschlägen. Und da ist der Hauptlauf relativ gut im Mittelfeld. Das heißt, auf der Alpen-Südseite wird es ziemlich nass werden. Und das europäische ECMWF-Modell macht da trendmäßig ein bisschen mit. Jetzt schauen wir uns mal die Lage an, die der Hauptlauf berechnet für den 3. April. Das wäre so der Klassiker, dass das 5b tief so ziehen würde von Italien nach Polen. Wir kämen auf die Rückseite. Isobarendrängung ziemlich stark. Starke Niederschlagssignale sind da auch drin, sehen wir dann gleich. Und hier minus 5 Grad Isotherme im Westen Deutschlands, die fast plus 5 Grad Isotherme im Osten Deutschlands. Und da, wo das zusammenkommt, gäbe es eben diese intensiven Niederschläge. 1994 war das auch mal, da hatten wir das auch im April. Da gab es hier in Sachsen Überschwemmungen. Und im Allgäu sind Strommasten umgeknickt durch den Schneebruch. Da ist ein Meter Nassschnee gefallen innerhalb kürzester Zeit. War eine ähnliche Wetterlage. Da ist einiges drin, rein theoretisch. Das Mittel der Berechnungen deutet das jetzt auch an. Da sehen wir hier die 552er dahingehend, dass da so ein Tief ist. Ihr seht diese isobaren Linie hier. Das ist eher Tiefdruck. Hier so ein bisschen Hochdruck. Im Mittel der Berechnungen, was die Temperaturen angeht, ist das noch ein bisschen höher. Aber es geht schon mehr und mehr in die Tendenz. Jetzt gehen wir mal in den Standard über und schauen uns die Niederschlagsummen von gestern an. Da gab es im Süden am meisten Niederschlag. In Sachen Sonne gab es im Osten am meisten. Meisten Tiefstwerte im gesamten Osten ziemlich kalt. Minus 7 Grad in Mecklenburg-Vorpommern plus 10 Grad am Oberrhein. Höchstwerte 3 Grad an der Ostsee, 18 Grad im Südwesten. Und die Temperaturkurve des März, die wir hinter uns haben und die, die wir vor uns haben, ist mal wieder so ganz, ganz knapp am Rekord vorbei. Das kommt eben darauf an. Kommt jetzt am Wochenende dieser Polarluftvorstoß und bleibt er dann ein bisschen länger, dann wird es keinen neuen Rekord geben. Kommt dieser Polarluftvorstoß nicht so stark und geht es danach sofort wieder nach oben, dann haben wir einen neuen März-Rekord. Ich habe aber noch eine Karte von gestern, was die Mitteltemperaturen angeht. Wir haben sogar ein negatives Tagesmittel und zwar in Bad. In Mecklenburg-Vorpommern gab es ein Tagesmittel wohlgemerkt von minus 0,2 Grad. Kann man kaum glauben, weil die meisten Regionen sind ja so weit im Plus, als wäre Mai. Aber hier oben im Nordosten war es kalt. Die Wetterlage ist mild. Da haben wir schon wieder ein Aufbeulen der wärmeren Luftmassen. Dabei finden wir uns jetzt drin und die wird sich nochmal durchsetzen, die warme Luft. Und dann kommen wir im Vorfeld des Tiefs. Das ist nicht die Wetterlage am Mittwoch, sondern am Samstag. Da kommt die 552er näher mit einer Südströmung. Und das Ganze hier mit der Kaltfront kommt dann herangezogen mit der 0-Grad-Isotherme. Und danach wird es schattig werden. Nächste Woche am Dienstag ist da, wo das Tief vorher lag, ein Hoch. Und da, wo das Hoch vorher lag, ein Tief. Und wir haben eine nördliche bis nordöstliche Strömung. Und es kommt nasskalte Luft herangezogen mit Regen und Schneefällen. Da zieht der März dann nochmal andere Seiten auf, kurz bevor die Sommerzeit beginnt. Der heutige Tag beginnt mit einigen Nebel- und Hochnebelfeldern. Im Norden auch mit dichteren Wolken. In den Ostalten gibt es letzte Regen- und Schneefelder. Tagsüber verschwindet das mehr und mehr. Es sind nochmal ein paar kurze Schauer dabei, aber nicht mehr viel. Im äußersten Norden streift uns ein Regengebiet. Sonst haben wir eine Mischung aus ein paar dünnen, hohen Wolkenfeldern und ein paar bauschigen Quellwolken, die dann noch in den Himmel ragen. Im Laufe des Nachmittags der Gesamteindruck ist aber dann deutlich schöner. Der Wind ist schwach unterwegs und die Höchstwerte erreichen im Nordosten. Und im Osten Österreich 7 bis 11, sonst 12 bis 19 Grad. Der morgige Mittwoch. Es ist der kalendarische bzw. astronomische Frühlingsanfang. Die Tag- und Nachtgleiche. Achtung, wir haben wahrscheinlich Seenebel. Rund um Sylt, Föhr, Amrum bis Pellworm runter, vielleicht noch bis Nordstrand, wird sich Seenebel von der See auf dem Weg Richtung Küste machen. Und auch an der Ostsee kann das passieren aufgrund der Wetterlage. Sonst sind hier ein paar dichtere Wolken mit ein bisschen Regen unterwegs. Je weiter wir nach Süden und Südwesten kommen, desto sonniger wird es. Und die paar wenigen harmlosen hohen Wolkenfelder, die da unterwegs sind, die kehren wir jetzt mal unter den Frühlingstisch. Im Norden ist es ein bisschen windig, sonst ist nicht viel los. Die Höchstwerte unter dem Nebelgedöns sind es 7 bis 11, in den östlichen Mittelgebirgen 13, sonst 15 bis 22 Grad. Und geschützt in der Sonne fühlt sich das schon fast nach Frühsommer an. Da können wir eine fette Sonne hinmachen mit einer 25 Grad drauf. So wird es sich zumindest anfühlen. Am Donnerstag kommt eine schwache Front herangezogen. Die liegt am Vormittag über dem Norden und im Südwesten oder beziehungsweise im nördlichen Bereich der Mittelgebirge und zieht dann nach Südosten ab. Bringt hier einige Schauer, vor allen Dingen im Bereich der Mittelgebirge und Alpen. Im Südwesten auch einzelne Gewitterhöchstwerte grob so 10 bis 16 Grad. Auf der See ein bisschen kälter, an den Alpen etwas kälter. Aber geschützt südlich der Mittelgebirge, wo wir so Föneffekte haben, von der Loreley runter bis zum Kaiserstuhl, sind durchaus bis zu 20 Grad drin. Am Freitag zieht über den Norden Regen, sonst bleibt es noch sonnig. Im Norden ist es relativ kühl, was für die Jahreszeit völlig normale Werte sind, 7 bis 13 Grad. Im Süden wird es nochmal warm werden. Und jetzt gönne ich mir wieder den direkten Modelloutput, um einfach zu zeigen, was da passiert. Es wird nasskalt am Samstag, am Welttag der Meteorologie, beginnt es in den Alpen zu schneien. Sonst kommen immer mehr Schauer auf, die bis zum Abend mehr und mehr in Schneeregen und Graupel im Bergland in Schnee übergehen. Am Sonntag haben wir klassisches Rückseitenwetter. Immer wieder kommt es zu Schneeschauern in Alpennähe und im Bereich der Mittelgebirge. Da grätscht ein Tief rein, das am Montag nach Osten abzieht. Rückseitig weitere Schneeschauer in Alpennähe, im Flachland Regen, Schneeregen und Graupel. Und dann am Dienstag wird wahrscheinlich nochmal ein Schneefallgebiet rumgeführt, das danach verschwinden wird. Es bleibt aber was übrig und das wäre der Schnee. Zumindest mal kurzzeitig hier am Mittwoch dann vom Harz bis in die Mittelgebirge, Erzgebirge, Riesengebirge rein und am Alpenrand. Verschwindet dann wieder, ehe das vielleicht kommen könnte, was wir eingangs gesehen haben. Wir sind bei den Ensembles für den Norden Deutschlands. Da geht es auch rauf auf um die 10 Grad, dann runter auf um die 5, danach wieder auf 10 Grad rauf. Hauptlauf weit unten, Kontrolllauf weit oben. Immer wieder Niederschlagsignale. Vorübergehend sind da auch mal ein paar nasse Schneeflocken möglich, kein Wintereinbruch. Im Westen ein deutlicher Abfall der Temperaturen, danach wieder Anstieg. Mal ganz so warm wird es nicht werden. Immer wieder kommt es zu Niederschlagsignalen. Vorübergehend wären sogar ein paar nasse Schneeflocken möglich. In der Mitte auch 10 bis 15, dann um die 5 Grad. Danach wieder Anstieg der Temperaturen. Immer wieder Niederschlagsignale. Vorübergehend Schnee. Im Osten letztendlich genauso. Da ist der Hauptlauf sehr weit unten, der Rest weiter oben. Nochmal, das sind große Unsicherheiten. Vor allen Dingen im Osten. Da haben wir gestern ausführlich drüber gesprochen. Da sind wir näher an der Warmluft. Wenn da mal Kaltluft kommt, geht es runter mit den Temperaturen. Und umgekehrt geht der Kontrolllauf auf 20 Grad. Hinten raus immer wieder Niederschlagsignale. Vorübergehend ein bisschen als Schnee. Der Süden, der sollte dann nochmal einen kleinen Winternachschlag bekommen. Um den 24., 25., 26. März mit vielen Schneesignalen. Die Temperaturen gehen zurück. Aufgemerkt, da ist ein Lauf dabei. Der will überhaupt nichts von Kälte wissen. Im Gegenteil, der bleibt in diesem Frühlingsgedöns von fast 20 Grad. Und würde das fortführen. Hinten raus geht der Hauptlauf wieder nach unten mit starken Schneefällen. In Genf sehr, sehr niederschlagsreich hier das Ganze. Vorübergehend auch mal Schnee dabei. Und das Ganze noch für Graz. Auch da sind, ähnlich wie in Klagenfurt, immer wieder Ausreißer dabei, die weit nach oben gehen. Aber nur vorübergehend wäre hier mal nasser Schnee möglich. Das meiste kommt hier im Tiefland als Regen runter, direkt an der Mur. In den Bergen sieht es natürlich anders aus. Wir sind fertig mit der Sendung. Und das, was wir uns jetzt anschauen, ist bitte nur zur Kenntnisnahme. Ist keine Prognose, sondern nur ein absolut synoptischer Leckerbissen. Wenn eine 5b-Wetterlage um diese Jahreszeit kommen würde, würde das so aussehen. Da zieht dieses Tief von Südwest nach Nordost hoch, bringt Schneefälle oder brechte Schneefälle hier am 2. April. Und dann entwickelt sich dieses Niederschlagsgebiet und zieht immer weiter nach Norden, geht in Schnee über und würde wahnsinnige Schneefälle bringen. Und an der Kante intensive Regenfälle. Eine Wetterintensität, sausauspannend. Speichern wir mal so ab, dass das mal berechnet wurde und legen den Mantel des Schweigens drüber. Und eventuell bis später, ansonsten bis morgen.